Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder-Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business-Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum IT-Founder-Podcast. Grüße dich, schön, dass du dabei bist. Was sind die drei Top-SEO-Zutaten? Wie kriegst du es hin, innerhalb von vier Wochen mit möglichst wenig Aufwand, mit wirklich nur ein paar Minuten täglich, deine Website richtig weit nach vorne zu bringen? Genau darum geht es in unserem SEO-Webinar. Also wenn du Bock hast, deine Website nach vorne zu bringen im IT-Bereich, dann habe ich eine supergeile Methode für dich. Und wenn du es gerade pünktlich hörst, dann hast du sogar noch die Möglichkeit, am Freitag um 9 Uhr beim Webinar mit dabei zu sein. Dann geh jetzt gleich auf it-founder.de slash SEO. Und dann kannst du im Webinar noch alle Details dazu erfahren, wie das funktioniert. Ein klein bisschen was erzähle ich dir heute schon mal und zwar genau die wichtigsten Punkte, dass du schon mal siehst, worauf fokussieren wir eigentlich, worauf haben wir fokussiert in unserem SEO-Experiment, als wir einen komplett neuen IT-Service in Regensburg aufgebaut haben und auch in Düsseldorf. Also eine Website von null auf begonnen, die wurde bei Google überhaupt nicht gefunden. Und innerhalb von vier Wochen ist es da halt eben uns gelungen, mit wirklich sehr, sehr konzentrierten wenigen Dingen, die wir getan haben, unter IT-Service Düsseldorf und IT-Service Regensburg auf Platz 1 zu landen. Also ganz konkret die drei Top-Zutaten. Es geht als erstes um den Suchbegriff. Also wirklich total easy, ganz klar, messerklar zu sein, messerscharf zu sein, muss ich sagen, dass du dir einen Hauptsuchbegriff raussuchst. Na klar kannst du später noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften dazunehmen, unter den du auch gefunden werden willst. Aber erstmal deinen einen Hauptsuchbegriff und den klar zu haben und ein paar ähnliche Suchbegriffe zu nutzen, die im gleichen Kontext stehen, die du da mit platzieren willst. Die zweite große Zutat ist relevanter Inhalt. Deine Website wird nie auf Platz 1 landen, wenn du keinen relevanten Inhalt zur Suchanfrage lieferst. Und relevant bedeutet nicht immer nur das Suchbegriff, dass der Suchbegriff irgendwie eins zu eins in der Überschrift 20 mal drin steht oder so, sondern dass das Thema aus verschiedenen Perspektiven, so wie derjenige, der den Suchbegriff eingibt, es halt eben braucht, beleuchtet wird. Und die dritte Zutat, auch die ist eigentlich total klar, relevante Backlinks, Links von anderen Seiten auf genau diese Seite, die gefunden werden soll. Und auch da sind wir nach einem ganz einfachen Prinzip vorgegangen und haben gerade mal vier Links aufgebaut. Also wirklich nicht die Welt, vier Links von anderen Seiten auf unserer Seite. Und das hat schon gereicht, um auf Platz 1 zu landen. Aber wie gesagt, wenn du wirklich alle Inhalte dazu lernen möchtest, wenn du es für dich nutzen willst, wenn du dann, wenn deine Kunden nach einem neuen IT-Dienstleister, nach einer neuen Webagentur, was auch immer deine Leistung ist, genau in dem Moment, wo sie danach suchen, wenn du da an erster Stelle gefunden werden willst, dann melde dich jetzt auf jeden Fall an zum Webinar, speziell zum Thema SEO-Blueprint für IT-Unternehmen. Einfach auf it-founder.de slash SEO. Wir sehen uns dann im Webinar. Ich freue mich drauf. Bis dahin, mach's gut und richtig, richtig viel Erfolg mit deinem IT-Unternehmen. Ich freue mich drauf. Bis dann.